Diese Variante kann ich mich gar nicht erinnern, okay, ein bisschen rockiger Anfang, also herzlich Willkommen zu Sims 2 und bei Steiner natürlich, fürs Persönlich Okay, haben wir Geld verdient, äh, Bibi weint, warum weint das Bibi? Sie kümmert sich drum, hoffentlich Oh je, warum hab ich so ein Echo? Ja, kümmert sich drum, kümmert sich drum, okay, kümmert sich drum, alles klar Alles klar, funktioniert nicht Nein, du, was, fliegt hier oben, was ist das für Ferne? Okay, na super, es regnet So gut, dass es hier war nicht richtig, ich hab's glaubt, minus neun Grad So Mh, komm her, knuddelmann Oh, komm, ja gar nicht So So Kein Spaß Mh, jetzt darf ich weiter knudeln So, knuddelmann noch weiter, und dann fertig Schüchen Schüchen Wenn du das hörst Okay, das weiß ich, dass alles geht Das ist aber neu Ist auch wieder zu Hause? Er arbeitet noch, okay. Wer ist denn da? Er ist zurück. Wettbewerbschen. Ja, genau. Mit rechts, mit rechts. Wo ist er denn? Da ist er zu Hause. Hä? Wo ist er denn? So? So ist er. Ja, gut. Tschüss. Was ist er denn? Kann er deine Daten nicht abrufen? Hm. 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 Hm? Ach so. So. Haben wir was zu essen haben? So. Er ist kein was? Zubereiten. Wie kann ich das Baby denn? Hm. Ich kenn mich überhaupt nicht. Hey. Kann ich bloß die Kuma aufhören? Hm. So, so, so. Oh, kann ich bloß die Kuma aufhören? Hm. Hm. So. Ähm. Ich werd hier... Halt die Klappe. Jetzt ist hier am Spielen. Hm. Oh. Oh. So. Gucken kann ich aber das Kind nicht füttern. Hab ich irgendwas vergessen zu kaufen? Hm. Ne. Das ist ja nicht möglich. Dreck zubereiten. Einzelne. Nein, guck mal. warte musik wir haben schon bereit essen muss man ja extra was kaufen für babys wir haben sie jetzt so viele zusätzliche installiert weil das vielleicht kaufen muss so vielleicht so wie flaschen oder sowas kaufen muss was ich kann es nicht was ist das englisch weiter ist nichts also nicht irgendwie eine wärmflasche oder so da und sonst alles geht auf es geht hm ne das nix ist jetzt nicht was was ist das was ist das das für tiere ok mh amsackkäfer hier nein die brauchen die ich will die nicht haben ok fügengeräte fleisch spezielle was ist das großpresse ne presse brauche ich nicht was ist die parabau also irgendwie für bbc gibt es hier gar nichts ne 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 nötter hm guckmaschine ruchleliebhaber hm guckmaschine ruchleliebhaber ne es ist nichts für bbc dabei wie ist das bbc bräuchte jetzt unbedingt ich will jetzt nicht finden in dem fall ja alles klar hier wieder zurück so was hat der denn jetzt für problem äh achte mal hat so viele probleme wie ich sehe äh hier ging das eben wenig jetzt mal das und dann kannst du eigentlich direkt einen äh sprutbad nehmen und da würde ich sagen wuschelsbett schlafen 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 jetzt natürlich so das lassen wir mal laufen was bringt ihr alles die energie ist ja auch niedrig spaß ist alles niedrig hier ist aber auch schlecht hier musst du ja auch beschleunigen wir das mal so so ja so runter vier sind wir bereit zu machen ich hab hier nichts орт etwas trinkt kein saft, nein, ich krieg kein Abendessen, Abendessen servieren, essen, nein das Bibi nicht mehr, ist sie doof? ich geh jetzt mal aufs Toilette, ich denk nur an sich der kann schlafen, den Lärm ich kann ihn nicht füttern, das find ich ein bisschen verwirrend wir müssen erst einkaufen vielleicht zubereiten, Essenvorräte prüfen wartet sie ich fasse das aber nicht einfach hmm, aktuell stand frischer Lebensmittel 0 ähhhh wie kann man denn das? austauschen, romantisch schreiben e-mails spielen, Lebensmittel bestellen so jetzt geht's hier raus und reparieren hängst du von Arsch kannst du doch nicht einfach ja ja auf alles da macht er etwa Bett ja, ich fass das einfach nicht mann, ist das nervig der macht einfach nicht das, was man ihnen sagt das ist typisch Sim Spy, das ist so kacke die tun einfach nicht das, was man soll aber ich kann ihn nicht füttern aber ich kann ihn nicht füttern tschüss kabla i plade erb du bist nicht dran den hab ich hier oh das kann kein wenig machen hm bla bla so oh oh warte 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 du bist nicht doof, ne reparieren von dich hei oder? kuh Es ist nicht der Plan Ich habe ihn Das ist hier Komm Das ist die ganze Zeit Die ganze Zeit Ich weiß auch nicht wie man füttert. Das ist echt ein Problem. Ich kann sie nicht füttern. Ich weiß nicht was ich tun soll. Ich geh das nicht in den Griff hier. Zum Schalten, Urlaub. Chef, anrufen. Was haben wir denn als Service? Das ist wieder grün. Wir haben wieder grün gerät. Aber die Haushälterin arbeitet auch nicht ordentlich. Ich wusste nicht, ist der Babysitter. Hausmädchen, Kindermädchen, so. Die brauchen Pause. Total runter. Nur jetzt Terminalabzei. Nein, hat sicherlich. Jetzt noch. Ich komme so vorbei. So. Alles klar. Baden. Ja, muss ich arbeiten? Das ist ein Baby. Der muss eine Flasche bekommen. Aber ich kann hier keine Flasche verabreichen. Viele zubereiten. Zubereiten. Abendessen. Abendessen. Ich kann hier einzeln. Ich kann hier keine Babynahrung zubereiten. Egal, was das heißt. Haben sie das Kind weggenommen? Das ist das Kind das Wort weggenommen. Na super. Okay. Das ist ja scheiße. Das versuchen wir nochmal. Alles klar. Gut. Machen wir an dieser Stelle Pause. Und ich gucke mal, wie man das mit dem Babynahrung jetzt hinbekommt. Das ist das Problem irgendwie. Alles klar. Ciao. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst.